hey yo leute was geht euer p a trinke sie wieder mal am starten heute mit einem etwas anderen format und zwar mit videospiele also spiele die mit musik anders als ohne musik ich hoffe es gefällt euch lasst ein like da lasst ein kommenter da wenn es euch gefällt und haut rein ciao nr 1 leute auf der straße zusammenschlagen mit musik mann der musik Nummer 2 Totale Zerstörung in GTA 5 Mit Musik Ohne Musik Nummer 3 Autos in GTA klauen und Scheißerbauen und auch zerstört mit Musik 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 Oh, 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 oh. Nummer 4 Stunkmontagen Nummer 5 Stunkmontagen Musik 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 It was at this moment that he knew. He fucked up. He fucked up. And finally, number 5, Drive-Bys. And finally, number 5, Drive-Bys. Ah, this is total bullshit. Ah, crap.